wir sprechen heute über dieses produkt das ist die feste dusche von alverde und wie mir dieses produkt gefällt sage ich dir in folgendem video hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und ich stelle euch heute dieses seifenfreie waschstück von alverde vor die feste dusche ich habe sie eben getestet ob die verpackung plastik enthält tut sie nicht das ist eine richtig tolle sache ich war gleich angefixt als ich das bei der inkipédia gesehen habe es gibt einige hochs richtung dieser aber richtig toll allerdings jetzt nach gar nichts mehr also wenn du das eine weile lang draußen liegen lässt verfliegt der duft mir geht es aber weniger um den duft als um die waschleistung und alverde liegt wert darauf zu betonen dass dieses produkt zu schonen und für die haut ist dass es pflegt und so weiter hier wurde aber ich blende euch gleichzeitig meine inhaltsstoffe an hier wurde aber sodium kokosulfat verwendet das glaubt aus also ich finde auch dass man das sehr schnell gemerkt hat diese auslaugende wirkung weil kennt ihr das wenn ihr zu lange der badewand meine warte und eure hände so komisch sind eure finger das habe ich jedes mal wenn ich das produkt verwende also es laugt schon aus aber es reinigt gut ja also ich finde die austrocknende wirkung ist für mich jetzt nicht allzu schlimm weil ich halt jetzt auch nicht jemand bin der extrem trockene haut hat aber jemand der trockene haut hat hat vielleicht mit dem produkt ein bisschen schwer man hat bei recht wenigen leuten bis jetzt noch gesehen also ein bisschen mit der momentanen situation auch runter gegangen wir sollen uns jetzt ein bisschen mehr waschen wir sollen ein bisschen mehr die hände waschen und vielleicht ist das natürlich auch eine alternative zu der herkömmlichen seife seife sollst du nach möglichkeiten nur noch recht reduziert verwenden weil es einfach bekannt ist das seife nicht wirklich gut für die haut ist und ihr werdet wahrscheinlich so in den nächsten wochen und monaten wenn die ganze krise vorbei ist mal feststellen dass immer mehr hersteller auf den trichter kommen und eben sei von freien warstücke herausbringen hier haben wir es mit der geruchsrichtung minze bergermatte zu tun fand ich als ich frisch aus der packung geholt habe die richtig angenehm muss ich ehrlich sagen jetzt riecht allerdings nach gar nichts mehr mir ist natürlich auch die wasch leistung von dem produkt lieber wie schon gesagt es laubt ein bisschen aus aber es scheint groß und ich finde das handling ist auch wahnsinnig gut also es schäumt das produkt verteilt sich gut und was ein kleines mango ist muss man der stelle auch sagen das verbraucht sich ein bisschen ab schnell ich verwende das jetzt seit zwei wochen hat keinerlei probleme mit dem produkt und mag es eigentlich auch recht gerne und ich denke dass es mir auch wieder nachkaufen werde weil das handling einfach so super ist und der schaum hat einfach es schäumt ist schon mehr als so eine seife die ich vorher verwendet habe und meine haut mag es auch mehr als die sogenannte seife also es gibt da schon unterschiede ich habe früher auch immer gesagt ach es ist doch viel besser und so weiter solche produkte die eben ohne seife agieren sind natürlich auch für unsere umwelt richtig toll und dass alle werde diesmal so schlau war und da eben die plastikfolie in der verpackung weggelassen hat ist eben auch eine gute sache der bergermatte minzigeruch das war nicht unwahrscheinlich aufdringlich wie schon erwähnt jetzt riecht es nach gar nichts ich kann mir auch vorstellen dass es da einfach noch weitere hochs richtungen geben wird aber so auf der haut ist es einfach eine richtig angenehme sache und ja die flutscht einfach nicht einfach so aus der hand raus das ist natürlich auch eine richtig wichtige sache wenn du dich schon so ein ding holst nächstes handling sah vorher aus wieso nur wie so eine große brause tablette sowie das shampoo eben auch ausgesehen hat und runde produkte sind natürlich immer ein bisschen schlechter zu hätten als quadratische produkte deswegen gehe ich meistens immer her und verbraucht die produkte anderer seite weil wenn du die flache seite immer wieder ab brauchst du irgendwann nur noch so ein ganz dünnes stück ich habe aber auch so ein säckchen wo das dann hinterher rein gelegt wird wenn das stück zu unhandlich würde also die gibt es inzwischen auch in sämtlichen drogeriemärkten nachkaufen würde ich mir definitiv noch mal mit 395 vielleicht nicht ganz so günstig aber nichtsdestotrotz was positives für unsere umwelt weil plastikflaschen tut man damit schon einsparen ich würde aber jetzt nicht sagen dass man bei so einem stück zwei drei flaschen hätte das ist ungefähr vielleicht eine flasche duschgel würde ich an der stelle schon erwähnen bei dem produkt wurde auf die säureregulierung geachtet und hat also versucht den ph wert in die richtige richtung zu bringen ich weiß aber von der inkipädie das video werde ich euch unternehmen verlinken dass der ph wert nicht in ordnung und ich mache mir da jetzt nicht so eine große sorge raus also ich vertrag das produkt aber wenn jemand wirklich eine empfindliche haut hat ist vielleicht nicht das richtige weil eben auch duftstoffe verarbeitet wurden die eben kritisch sind und wenn du allgemein auf durch stoffe reagiert dann könnte es sein dass ich darauf auch reagiert aber ich kenne das man will einfach auch ein bisschen neugierig sein und gucken was der hersteller so geschaffen hat in der richtung ich finde das ist ein gutes produkt es kann noch ein bisschen dran geschliffen werden die idee an sich ist eine tolle idee dann wird man einfach jetzt auch mal in der trügerie ein festes durchstück standardmäßig hat es sind immer mehr hersteller die das jetzt einfach auch auf den markt bringen sei es bei der selbst aber auch glaubt speichert auch eine beispielsweise abseits von der seife die eben für die haut nicht förderlich ist ich wusste das auch lange nicht ich war ein sehr sehr großer seifenfreund wer mir schon länger folgt weiß dass ich ganz lange alle seifen verwendet habe und seit ich das eben nicht mehr machen das habe ich hier einfach auch gemerkt das tut meine haute einfach besser weil die seife hat doch ein bisschen aggressiver zu haut ist man kann es einfach nicht ändern hast du andere erfahrungen mit diesem produkt gemacht schreibt es gerne unten in die kommentare dieser kommentar ist wichtig für andere weil dann sehen sie es gibt auch andere stimmen zu dem produkte also gerne unten in die kommentare schreiben wenn du was zu dem produkt zu sagen ich bin gespannt wie lang es noch halten wird weil wie schon erwähnt man verbraucht hat doch ein bisschen schnell oder ich bin halt einfach zu verschwenderisch das war sie auch nicht an der stelle bin gespannt ob es da wirklich weiter geruchsrichtungen gibt oder ob sie einfach auch eine neutrale auf den markt bringen weil ich brauche da absolut kein geruch und jetzt riecht nach gar nichts mehr weil wenn das eine weile lang im bad rum legt riecht nach gar nichts mehr also eine metalldose werde ich mir wahrscheinlich noch besorgen damit das hat ich zukünftig nicht so ranzig aussieht weil ja so ist das hat uns verbraucht sich hat auch schneller wenn du es so im bad rum legen hast durch die feuchtigkeit naja also ich freue mich auf deinen kommentar wir sehen uns in den kommentaren demnach auch ich melde mich ab sagt danke fürs einschalten gibt mir doch nach oben falls ihr mein video gefallen hat ihr wisst man aber es kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss